Ja, ja. Aber kein Monster. Zumindest hier nicht und da nicht. Wie ist es auch noch hier? Die Tür ist jedenfalls offen. Gibt's das da oder? Ich weiß nicht, dass das da ne Tür ist, die ich verwenden kann. Ach, man muss das nicht mit dem Brunnen doch noch machen, oder? Oh, keine Ahnung mehr. Ah, okay. 12 Absatz, 1839. Ein Verwaltungsritual dauert länger als erwähnt. Und wir müssen, was braucht. Ich spende mein Zeit mit den Präsenzern. Being around these degenerates makes me ill. None of them even tries to face their punishment with any kind of dignity. They taught me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a man fall so far from the grace of a civilized existence? They are all wicked men, and I remind myself of it constantly. Still, I am thankful for God sending these monsters our way, as they will serve as the instruments of my salvation. I try to study the different tools in the torture chamber and learn how to use them effectively. Last time was messy, and the effect suffered from my inexperience. When the next warding is to be performed, I shall be ready. Maybe it's just so, if Daniel is not too busy. He is full of murder. He is full of murder. He is full of murder. What is that? Bucket of Tar. What do we need? Yay, the door! Step. 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 What can't help you have anything? No. Right. Naja, du kannst das Fleisch noch von dem Monster essen, das muss ich noch mal drauf gucken. Bones krieg ich da, weißt du das noch? Ja. Kommt ich die hier drauf? Weiß ich nicht, aber du kannst es ihm trotzdem geben. Fest? Ne. Wo war denn der Brunnen überhaupt? Äh, der war wieder bei den Torche. Ups. Das musst du irgendwie jetzt noch machen. Ja. Jetzt war ich vorsichtiger. Zettelchen. All is lost. Ja. Ja, irgendein Allzweckkleber würde das schon machen. So, so, so. Zwei Komponentenkleber. So, ich überleg mir übrigens, ich glaub bei Deus Ex werde ich das Spiel ein bisschen übersetzen. Weil ich spiele Deus Ex auch auf Englisch. Ähm. Aber da macht's mehr Sinn, denk ich, zu übersetzen. Weil da kriegt man sonst gar nichts mehr mit. Oh, schick. Aha. Pendergrab. Naja. Oookay. What? Eine gute Idee. Ich will nicht, dass mich hier irgendwas sieht. Und... Ah! Hab dich. Kann ich mich sanctifizieren? Nein. Ich will doch sterben. Ich will mich Alexander hingeben. Nimm mich. Gut. Hier scheint Roll gewesen zu sein. Monster? Nein, das hat was der Raum hier. Das war er auch, ja. Monster hat gerade Mittagsmause. Lunge. Out for lunch. Beepergepfahl. Dann geh mal rein ins Transzept, oder? Naja, wir müssen jetzt da hinter. Okay. Über markisch verschlossen oder sowas. Mh. Ja. Da muss wahrscheinlich der Orte rein. Wow. Dead Space. Ich will es nicht anfassen. Es verletzt mich bestimmt. Stimmt. Stimmt. Dann machen wir doch schon das mit dem Grund wohl, ne? Schaffen wir das noch? Äh... Aufnahme... 26 Minuten. Tap, tap, tap. Schauen wir mal schon an. Ist das Verletzung, Daniel? Hör dir so. Hör dir so. Hör dir so. Du hast es angefangen. Du hast mir diese Anrufe gefragt, um Hilfe. Und das ist, wie du mich retten? Wie leidest du das? Ich bin ja so böse. Schleuder den Puchchen zu Boden. Bitte? Zu Boden. Zu Boden. Ich befehle den Sohn. Alexander hatte eine wunderschöne Frau. Weißt du, wie man sie nennt? Inkontinentia. Inkontinentia Pobacke. Oh Gott. Schockt mich schon wieder. Diese Sennl's are meant to hold prisoners, who are under treatment. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror in his Sennl'nate. Ist das eigentlich voll mies, ne? Eigentlich schon. Bruna! Ach, Mann! Mann, Agrippa! Ah, kann er nicht die Schnauzer... Der redet mir zu viel. Das ist so doof. Der hat's seit Jahren wahrscheinlich niemanden mehr gesehen. Und wird jetzt vor uns selbst verschmäht. Genau. Fleisch! Ich hab einen Knochen, den hab ich mir gewünscht. So. Remains! Covered in... Mucos! Ach, das ist das komische Zeug da. Oh! Ich seh grad... Okay, so kann man nach Müll auch verschwinden. Oh, okay, so kann man nach Müll auch verschwinden. Oh, okay, so kann man nach Müll auch verschwinden. Oh, okay, so kann man nach Müll auch verschwinden. Alexander, ich möchte wirklich, dass wir uns mit Johann Weyer... Beißt er dich? Du bist der Bruder Johann Weyer? Mein Gott, Freund! Sein Bruder ist der größte Mann in der Geschichte. Und du kennst ihn nicht? Oder ist es der Welt, der sich vergessen hat?